Die kleinen Pupkes hier. Fünf kleine Igelbabys. Das ist wirklich klein. Ich werde es mal so zeigen. Ja, das ist das kleinste Pupke. Die runterklimmern. Ganz niedlich. Na gut, machen wir mal wieder raus. Die Mama hat gerade das Mess verlassen. Dann soll mal ein paar Minuten für sich sein. Isst und trinkt da hinten. Ah, da habe ich sie schnell mal gewogen. Und jetzt kommen die wieder rein. Zack. Das ist das kleinste hier. Kleine Griecher hier. Oh Gott, sind gnädig. Okay. Machen wir mal wieder aus. Okay. Okay.